Isentalk, der erwiesen informative Podcast mit Albrecht, Peter und Thomas. Also eigentlich geht es an alle Isener und sowohl an die Alteingesessenen, die glauben schon alles zu wissen und vielleicht doch noch was dazu lernen können und natürlich solche Zuzungene wie mich. Das sage ich jetzt mal, wirklich alle Altersklassen, dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt. Aber ich denke, die Mischung ist bunt und es sollte für jeden was dabei sein. Es gibt viel Denkmalgeschütze. Isen hat eine unglaublich reiche Geschichte, eine spannende Geschichte. Aber natürlich geht es jetzt letztendlich nicht nur um die Gegenwart. Also da ist noch gar nichts richtig erforscht worden. Vielleicht kann man da noch was rausfinden. Dass man sich wieder, ja, der Gemeinde vergewissert. Ich glaube, dieser Podcast wird auch was Verbindendes haben. Ja, also dass man halt viele Leute frägt, viele Meinungen holt, viele Stimmen holt. Und Leute erzählen ja auch ganz gerne mal was. Dicke Bücher, Wels, den Archiv, das spricht junge Leute nicht an. Aber die jungen Leute sind ja nur Spiegel von uns. Wir sind ja auch viel schnelllebiger und so. Dass wirklich vieles in breiteren Öffentlichkeiten isenbekannt wird, das findet einfach nicht statt. Und das wollen wir ein bisschen ändern. Ja, es gibt einiges, wo man nicht so genau weiß. Ja, bald geht's los. Erste Folge. Isentalk heißt der neue Podcast. Und wir sehen und hören uns. Jawohl. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns.